Was muss Deutschland, Deutschland ist auch nicht Dänemark. Aufgrund der zivtivischen Größe Deutschlands können wir nicht mit den täglichen und wirklichen Unsicherheiten einer Minderkreisregion arbeiten. Da muss Verlässlichkeit vorhanden sein. Mir wäre es lieber gewesen, es wäre Jamaika gekommen, weil immer große Koalitionen auch Probleme mit sich bringen. Aber die FDP hat sich aus der Verantwortung davon gestohlen und nun wollen wir hoffen, dass im Sinne der Zukunft Deutschlands und Europas die Sozialdemokraten sicher einen Schubs geben.